Heute stelle ich euch Ypsilond vor. Ypsilond a.k.a. Fabiana ist eine sehr intelligente, kreative, humorvolle YouTuberin mit Sehbehinderung. Auf ihrem Kanal bietet sie einen unverkrampften Einblick in ihren Alltag. Sie greift Stereotypen mit Witz und Humor auf. Sie macht alles selbst und gerade deshalb bin ich ein riesiger Fan ihrer Instagram-Stories. Man darf nicht vergessen, die Frau sieht fast nichts. Darum folgt ihr auf YouTube und Instagram. Reinschauen lohnt sich.